Ich hab grad ne Schriftrolle bekommen. Wo ist die Schriftrolle? Da? Ne. Ne. Ich weiß nicht, was das ist. Ohne Spruch. Wem soll das denn nützen? Brachenhauch. Au! Au! Ganz nett, aber unnütz. Aber da gibt's keine Unterschiede. Nein, nein. Ganz nett, aber unnütz. Der ist 20 Stärke, den nimmst du doch, oder nicht? Hier, Bub. Und dafür? Ja, klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Au! Was weiter? Wacht, bitte. Hilf. Au! Aber fügen dir kaum Schaden zu, ne? Dinger. Ich war nur ein Kratzer holen. Aber kümmere dich drum. Ach so. Da. Ach, ich bin schon bald weggekommen. Haha. Ist doch ganz schön groß hier. Au! Da. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Ha! Au! Kann das sein, der Sound von dem irgendwie kein Klaut ist? … … … … … … ... Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Dao, dao. Nur ein Katze. Dao. Ist zwar nur ein Katze, aber kümmere dich drum. Zieh, hoch, hoch, hoch. Ist zwar nur ein Katze, aber kümmere dich. Soll mich das jetzt beeindrucken? 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 Dao war das alles. Vielleicht oben den einen Hauptraum da oder was das war. Ähm, fertig und dann langt das ja auch mal. Soll mich das jetzt beeindrucken? Da kümmere dich drum. Dann ist es auch wesentlich einfacher. Soll, ich habe irgendwas bewegt. Ich habe hier irgendwas bewegt. Ich habe hier irgendwas bewegt, aber ich habe keine Ahnung was. Na ja, gut. Dann gehen wir weiter. Au. Nur ein Katze. Warum liegen hier eigentlich Rüstungsteile? Macht das Sinn? Ist zwar nur ein Katze. Au. Aus der Welt liegt. Ist zwar nur ein Katze. Au. Au. Ist zwar nur ein Katze. Aber kümmere dich drum. Au. Au. Nur ein Katze. Au. Au. Ist zwar nur ein Katze. Aber kümmere dich drum. Au. Ist zwar nur ein Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au. Und au. Und au. Ich wollte mich immer abwechselnd. Au. Au. Ein Katze. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Hm, Regeneration. Au! Eile ist noch ein Stück drauf. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Nur ein Kratzer. Au! Soll mich das jetzt beeilen? Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeilen? Jawoll. Au! Eeeh, hochheilen mal wieder lieber. Ha! Sicher ist sicher, Aero. Au! So, jetzt könnt ihr einmal down gehen eigentlich. Ist zwar nur ein Kratzer. Aber kümmere dich. Au! Nur ein Kratzer. Ha! Guck mal hier, es fehlt noch raus. Wir müssen hier den Feuerregen wieder aktivieren. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! 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 Nice! Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Ist ja nur ein Kratzer! Ah! Oh, ist doch gut. darunter geht das und da kam ich ja das eine macht also alles gut dahinter wird es ist halt zu groß auch noch ein bisschen natürlich auf glas das gehen eine waffe aus der zeit vor der stelle deren geheimnisse lange vergessen sind experte und meister vergessen wird nur meister verdoppeln beziehungsweise dreifachen ihre genauigkeit mit dieser mächtigen waffe aber fehlt halt nicht weiter weiter als 10 muss man dies halt tatsächlich nicht machen jetzt tatsächlich war den moment nicht beziehen das wird die bordelein weg nicht mal bewegt sich das irgendwie war ich ja schon ich glaube man muss die auch noch irgendwie in der richtigen rein das ist hier ok was ist da und was ist hier oben den krieg ich da nicht auf soll mich das jetzt beeindruckt das ist jetzt beeindrucken das jetzt beeindrucken ich habe den falschen desktop aktiviert sehe ich gerade jetzt ist das wieder wesentlich angenehmer kann ich hier auch die einstellung wieder ein bisschen hoffen vielen vielen dank vielen dank ich glaube jetzt ist das wieder angenehm in der zauber soll mich das jetzt beeindrucken geht aber auch hoch ne so machen wir das sind kleine para kabinen sein oder so wie ich mal von aus da kann man bestimmt irgendwas besteuern was ist diese ist das was wir haben wollen ach du scheiße aber kümmere dich drum was ist hier auch noch mal welche alles gut die sind schnell weg die frage ob wir jetzt noch mal einfach rauszuleportieren eigentlich können wir das machen weiß halt nur nicht ob wir nicht aber kümmere dich drum gefühlt es ist hier unten das raumschiff explodiert die eilis abgelaufen scheiße ich muss ich mit ihr jetzt erstmal schwäche überall weg machen eigentlich würde ich das jetzt gerne noch mal abgeben heute haben wir das heute noch mal was gutes geschafft auf jeden fall wenn die denn mal umfallen würden aber kümmere dich drum fällt nicht um jetzt der erste rum jetzt da ist auch noch mal einer oh man ey ist gleich noch eine master pistole oder so master plaster weg haben wir ja schon mal demnächst so alles hier geschafft aha ja wie viele ähh das wollte ich mir jetzt nur geben ganz nett aber ohne dass ich bin ja genauso gut haben wir doch alle genere jetzt zauberpunkte mit der zeit auch er aber auch glaube das soll zeigen dass das raumschiff jetzt gerade so langsam explodiert jetzt die frage müssen wir jetzt rausschwimmen wir machen mal einen zwischenspeicher rein gucken ob wir uns jetzt hier einfach ausbauen dürfen ja anscheinend schon und dann gehen wir jetzt zurück und geben das noch mal ab da wird bestimmt ein kleines filmchen noch kommen würde ich mir vorstellen und der quali dann haben wir heute was ganz gutes erreicht im stream so dann morgen vielleicht das den end bis ende machen wird ja noch etwas kommen entfalten muss ja noch kommen wir haben zu haben zu all das wichtigste in der tasche und die letzte aufgabe guckt jetzt das miste es einfach im 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 Willkommen, ich bin Korrek. Bitte tretet ein. Korrek, wir haben gesehen, wie du auf Xen abgestürzt bist. Wie konntest du das überleben? Verzeiht, ich bin ein Korrek, nicht der Korrek. Der Korrek, den ihr Abstürzen sagt, war nicht ich. Und wahrscheinlich ist er bei dem Absturz tatsächlich hingekommen. Aber vielleicht auch nicht. So leicht sterben wir nicht. Dies ist die Netzstation Beta 5 und ich bin ihr Wächter. Das Netz der Tore wurde vor ungefähr 1000 Jahren errichtet. Auf eurer Welt konnten wir allerdings vor dem Krieg nie ein Zielportal errichten. Der Krieg gegen Cregan verbrauchte die gesamte Energie der Alten. Welches Portal führt denn zu den Alten? Ich fürchte gar keins. Als die Creganer vor 900 Jahren in unser Portalsnetz eindrangen, wurde der gesamte äußere Rand der Galaxie abgetrennt. Hier sind wir jetzt. Und von dem Stern dort drüben seid ihr gekommen. Was ist mit all diesen anderen Toren? Wohin führen sie? Zu anderen Welten, die vor ewigen Zeiten von den Alten erschaffen wurden. Während des Krieges fielen sie alle in die Barbarei zurück. Ich wollte helfen, aber ich darf diesen Ort niemals verlassen. Und hierher verirren sich auch nicht viele. Die Tore lassen nämlich niemanden hindurch, der keinen Kontrollkubus hat. Also, wohin können wir denn von hier aus gehen? Gehen? Ha! Wohin ihr wollt, meine Freunde. Wohin ihr wollt. Das war das Ende? Das hätte ich nicht gedacht. Ausgezeichnete Arbeit. Mit der Aktivierung des Tores stehen uns nun tausend Welten offen. Vielleicht werdet ihr auf eine von ihnen die Alten finden und mit den Errungenschaften, die ihr mächtige Zivilisationen eurer Welt und euren Königreich bieten kann, heimkehren. Gesamtzeit 5 Jahre, 819 Tage. Ihr Punktzahl 5.063, okay. Aha, aha. Glückwunsch, Antore. Wir hoffen, es hat ihm ebenso viel Spaß gemacht, Magic 7 zu spielen, wie er uns die Produktion gemacht hat. Dieser Bildschirm wurde als in ihren verzeichnet abgespeichert. Sie können ihn als Nachweis für ihr Erfolg ausdrucken und Magic 7 klaren. Ah, okay. Gucken Sie, Escape, Escape. Aha. Ich will jetzt mal kurz gucken. Ob hier jetzt noch irgendwie was passiert? Meine Herren, baumeißen und künstlergeschickt. Ja, dann ist ja alles hier fertig. Lol, ja, alles fertig. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da kommt noch irgendwie ein Endfight. Das Ende fand ich dann so, hm. Nicht ganz schön, aber wir schauen morgen noch mal ein bisschen rum. Machen noch mal die Arena und so, würde ich sagen. Ja. Und dann haben wir doch mal den Magic 7 ganz gut durchgespielt, eigentlich. Okay, das war's. Das war's. Okay. Das war's. nos arriver. Untertitelung des ZDF, 2020